In Wien hatten wir vor einigen Wochen, wenigen Wochen eine Großdemonstration Black Lives Matter mit über 50.000 Teilnehmern. Es gab zwar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, hat man Fotos gesehen mit Demonstranten, die den Abstand einhalten und die alle Schutzmasken haben. Ich war aber zu der Zeit in Wien und habe da auf der Straße völlig andere Bilder gesehen. Also natürlich wurde der Abstand nicht eingehalten. Ein Teil der Demonstranten hatte keine Masken. Also auch hier wurden die Corona-Auflagen verletzt. Doch gab es hier keine Kritik. Der Gesundheitsminister sprach vom Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Das muss gewahrt werden. Man muss auch in Zeiten Corona Demos zulassen. Auch in den Medien gab es hier keine Kritik. Und wenn man das vergleicht, wie jetzt über die Demonstranten in Berlin gesprochen wird, Corona-Idioten, Corona-Leugner. Es wird sogar ein Verbot angesprochen von deutschen Politikern. Das ist also mehr als erschreckend, weil das einfach eine antidemokratische Tendenz ist. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Vielen Dank.